ja hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp let's play omt 2 wir fahren wir fahren diesmal in stadtwerken westliche ag wir fahren sofort los und ja von außen sieht es echt heiß aus also gut jetzt bringt er an so jetzt fahren wir mal in der stadtteile stelle ja zwölf zeigt er immer an wir müssten mal ich bitte immer noch mal entschuldigen diesen also gs und ja so und abwacht wir fahren mit einem den bus wo letztem erschienen ist in mn genau in line city also ich kann mich auch verbessern nächste station keine ahnung als sie hiermit gelenkbus fahren würde ich euch nicht raten hey der busfahrer guckt ja gar nicht auf die straße du fetter busfahrer alles klar hallo Da hat er es angesagt, wir schalten uns mal Licht, das ist schon an, aber vorne geht es automatisch an, ja, Puppe ist auch schon normal, kenne ich, bei Alheim 4 hat man immer diesen Ruckler, deswegen will ich auch empfehlen, Entschuldigung, oder wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr das gerne auch unter diesem Video schreiben. Guten Abend. Wir fahren den Solobus und das nächste Mal fahren wir Gelenkbus, wenn ihr eine andere Linie sehen möchtet von Alheim, V4 oder eine andere Map, könnt ihr gerne das zeigen, also kann ich euch gerne zeigen. Good afternoon. Hallo. Foto für Let's Play, Fahrschau-Bild. Trommelstraße. Ja, ich bitte euch, also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das, also wenn ich nicht lange da war. Aber ich versuche immer, für weiter ein bisschen mehr, also tue ich mehr vorziehen als Videos machen oder Livestream, ne, dass ihr da bescheiden wisst. Falls ich mal nicht Livestream mache oder jetzt Video oder euch das zeige, dass ihr dann bescheiden ist, dass ich nicht da bin. Hallo. 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 Einmal Schüler, bitte. Wir rücken so, wenn die Pläne zur練Any愛 haben. Ah, der Kuhnepoliere kommt auch entgegen. Ah, der Kuhnepoliere kommt. 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 Das ist ja auch eine Riesenkarte. Ah, der Kuhnepoliere kommt. Schnell mal Lukas Let's Play geschrieben. Ah, der Kuhnepoliere kommt. 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 Mein. Von Bremen. Wollt's geh. Auch der Pferd. Neuenhauser Straße Und da kommen unsere bekannte YouTuber Der Felip LP Guten Abend Guten Abend Guten Abend Guten Abend Oh, cool Wir müssen dann los Gleich Wir haben noch ein paar Sekunden Deswegen will wir schnell mal was trinken Hier zeigt das Hier zeigt man praktisch an, welche Linien hier fahren So wie hier im Bader 1 Das wir dann so halten müssen Wie es da Vorschrift ist Guck, jetzt ist die Lichter angegangen Hier ist die Linien hier der Felip Auch interessante Die bin ich gestern gefahren Was war das jetzt gerade Neuenhauser Straße Ich mag jetzt nicht ein bisschen spiel Ich will Probleme immer Riebe an jeden Tag ein bisschen besser Der Gaupprutt-Bierre-Straße. Das ist erst wieder das Kaffee. Alter, das ist süß. Haben wir die 136 oder die 135? Ne, die 136, aber die stand 1. Das muss man so. Das muss man so. Also, wir sind öffentlich. Wir haben dann 2. Ihr könnt dann euch gerne bei uns fahren, aber da müsst ihr dann 2 Türen abschließen. Wenn ihr was privates Problem habt, könnt ihr uns auch anschreiben. Der Chef ist Lucas Let's Please sowie der Silvio, ich und Black Panda. Also, das ist der Bolli. Wenn ihr Probleme habt mit Omsi oder weiß weiß ich, sehen wir auch da gerne. Das könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben. Und wir lesen das ja auch. Und da antworten das. Lachter Abend. und dass ihr Bescheid wisst, dass ihr auch da seid. Und wenn ihr euch disponiert, müsst ihr nicht, weil wir auch nicht unsere Zivilität disponiert Auch nicht, aber nur wenn ihr wollt Und sie ist es gerade draußen nicht angegangen Unsere ist wieder ausgegangen, aber wir haben ja da Das ist unsere Stadt, also SWV Unser Logo Hat der gute Lucas Let's Play gemacht Wenn ihr da ihn fragt, dann kriegt ihr das glaube ich auch Ich darf das gleich nicht rausgeben Ist ja, wie gesagt, Betriebslogo Friedhof und Kraft Friedhof und Kraft Versteh ich ne? Blinker geht Licht auf Naja, wir lassen den mal aufsteigen, weil die Weicheier sind Alle Weicheier Tschüss Weicheier Wir sind jetzt hier Wir müssen aus 16 Stationen fahren Wir müssen aus 16 Stationen fahren Ja, shit Ja, shit Ja, shit Sorry Leute Ich weiß nicht Ich weiß nicht, dass es diesen Scheiß Problem ist Aber Der will das nicht Dass ihr das sieht Hm Es halt UBS Wir müssen jetzt Wir müssen das Gieren, am Arsch Gieren, am Arsch Ah, jetzt geht der Blinker nicht, alles klar. Ich bin ja der Chef, ich weiß ja, was kaputt geht bei meinem Bus. Brauche ich das ja nicht melden. Aber wenn ihr bei uns seid, müsst ihr alle Schilden melden, was ihr festgestellt habt. Sportplatz Waldlehne. rumor ist es nur Schle link, als Schle-inen auch hier, will er shelf abst으면. Das war's für heute. Und der hat ja wohl voll einen Schleppern, ey. Ja, spulen mal die Zeit vor. Das könnte es wieder diesem Problem geben. So, wieder da. Und abfahren. So. Prost. Da besteht ja eindeutig der Verdacht, dass sie Drogen konsumiert haben, so hektisch wie sie sind. Blablabla. Ja. 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 Wie man das sieht, hat man schon so seine Performance-Probleme. Das heißt, man könnte die KIs, Autos ändern. Mit der Bahnstraße. Ja, ich mach jetzt mal Warnklenker, weil hier hinten bestimmt drei Kacheln. Was ist das? Was ist das? Einmal kurz über Fortstein. So, schön durch. Was? Ja, nächster Haltestellt bleiben wir mal stehen. Gewerbegebiet Osterfeld. Ja, nimm dich. Ja, nimm dich. Ja. Ja. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, gleich toppen wieder. 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 wir waren überall pünktlich super sorry leute so sieht er jetzt von außen aus der bus ok durch den bus gelaufen super ja sieht echt nice aus kann man nicht drüber meckern die lamber die lichter haben die auch neu jetzt gemacht und kann zum beispiel die lichter nehmen dann habt ihr einmal blau komplett und die beleuchtung und dann habt ihr einmal hell aber mit fahrer wenn ihr das ausmacht drückt die taste 8 dann habt ihr nur die hälfte genau wir schließen mal die fahrt ab hallo so 1 euro 70 haben wir eingenommen und ich zeige euch mal 19 pünktlich keine unfälle eine verkaufte 15,1 fahrstil ihr habt ja gehört dass die kbs noch gemäckert haben so jetzt tun wir weiter so 100 also 1000 ach nee so das geht an den betrieb wir haben lohnabgaben 45 und das war's ich sage mal wie vorhin tschüss bis bis zum nächsten mal wann das nächste video kommt weiß ich selber noch nicht klar tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020